Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, es ist mir heute eine große Freude, Sie alle im Namen der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München zu unserer 30-Jahr-Feier im Alten Rathaus begrüßen zu dürfen. Und für mich persönlich ist es natürlich eine sehr große Ehre, anlässlich eines solchen Jubiläums als Leiterin der Gleichstellungsstelle mein Debüt geben zu dürfen. Vielen Dank. Ich muss sagen, ich war wirklich überwältigt von dem Interesse an unserer Festveranstaltung. Und wenn ich sehe, dass hier hinten noch einige stehen, möchte ich Sie gleich bitten, nach vorne zu kommen. Dazwischen sind noch ein paar Plätze, damit Sie alle die Gelegenheit haben, heute unserer Veranstaltung lauschen zu können. Ich werte dieses große Interesse als Zeichen Ihrer Verbundenheit mit der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München und auch als Demonstration für die unverminderte Aktualität unserer satzungsgemäßen Aufgabe, nämlich auf die Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf, Familie und der Gesellschaft hinzuwirken. Als vor 30 Jahren die Gleichstellungsstelle ihre Arbeit aufnahm, hatte sie als Arbeitsgrundlage nur den Beschluss des Stadtrates sowie die Dienstanweisung des Oberbürgermeisters. Aber damit war der Weg der Umsetzung des grundgesetzlichen Gleichheitsgebotes als Querschnittsaufgabe und Top-Down in die Verwaltungspraxis aller städtischen Beschäftigten und Dienststellen vorgegeben. Die Gleichstellungsstelle wurde dabei als Stadstelle direkt dem Oberbürgermeister unterstellt, was die Förderung der Gleichstellung von Anfang an zur Chefsache gemacht hat. Und ich begrüße daher sehr herzlich den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, Herrn Dieter Reiter. Ebenso herzlich begrüße ich die dritte Bürgermeisterin der Landeshauptstadt, Frau Christine Strobl. Sie hat in den vergangenen Jahren an verschiedenen Funktionen und zu vielfältigen Anlässen die Arbeit der Gleichstellungsstelle und das Reformvorhaben der Gleichstellung der Geschlechter unterstützt und mit ihren ganz persönlichen Impulsen vorangetrieben. Die von der Gleichstellungsstelle initiierten Reformen und Initiativen innerhalb des Stadtverwaltungsapparates der Landeshauptstadt München konnten und können auch nur in Zukunft mit der Zustimmung des Stadtrates beschlossen und anschließend umgesetzt werden. Und daher begrüße ich sehr herzlich die Mitglieder des Münchner Stadtrates. Ich erlaube mir das in alphabetischer Reihenfolge zu machen. Ich begrüße sehr herzlich Frau Ulrike Bösser, Frau Günzerin Demirel, Frau Katrin Habenschaden, Frau Heike Kainz, Herrn Halmo Liebig, Frau Bettina Messinger, Herrn Thomas Ranft und die ehemaligen Stadträtinnen Ingeborg Buleniewicz, Monika Renner und Irene Schmidt. Und gleich im Anschluss möchte ich die berufsmäßigen Stadträte, die in ihren Referaten diese Beschlüsse dann umsetzen, begrüßen, Herrn Dr. Thomas Böhle, Herrn Axel Marquardt, stellvertretend für Rainer Schweppel, Peter Scheifele und stellvertretend für Robert Kutulek, Dr. Christian Scharpf. Und da wir in einem föderalen System mit vielen vertikalen Verflechtungen leben, fahre ich fort mit der Begrüßung der Vertreterinnen und Vertreter des Bundestages, die ehemalige Abgeordnete Frau Hanna Wolf, sowie des Bayerischen Landtags Frau Claudia Stamm. Gleichzeitig zur Einrichtung der Gleichstellungsstelle wurde auch die Einrichtung einer Stadtratskommission zur Frauengleichstellung vom Stadtrat beschlossen, die als Austauschplattform von Frauenorganisationen, dem Stadtrat und der Gleichstellungsstelle die vielfältigen und differenzierten Alltagserfahrungen von Frauen in München kanalisiert und in Form von Empfehlungen in die Kommunalpolitik einspeist. Stellvertretend für alle anwesenden Vertreterinnen unserer Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen begrüße ich die Vorsitzende und Stadträtin Frau Lydia Dietrich. Und ich begrüße auch alle unsere weiteren Kooperationspartnerinnen aus den Frauenverbänden, aus den Einrichtungen und Projekten, aus den Wohlfahrtsverbänden, den Gewerkschaften, den Bildungseinrichtungen, der Wissenschaft, aus anderen Organisationen und den Kirchen. Des Weiteren freue ich mich auch begrüßen zu dürfen die Vizepräsidentin des Bayerischen Landesfrauenrates, Frau Sonja Schweikert, die Gleichstellungsbeauftragten anderer Kommunen und Institutionen, hier stellvertretend die extra aus Bremen angereiste Ulrike Haufe, die Vertreterin der Leiterin der Leitstelle für Gleichstellung, Frau Ariane Wismar-Unverricht und die ehemalige Leiterin Petra Rückweilenberger. Als Vertreterin des Ausländerbeirates begrüße ich die Vorsitzende Frau Kivran, als Vertreterin des Sediorenbeirats die Vorsitzende Ingeborg Staunmeier und als Vertreterin des Behindertenbeirates Frau Dunja Robin sowie den Gesamtpersonalrat der Landeshauptstadt München. Unsere Arbeit beinhaltet auch die beratende Unterstützung der Referate und die Überwachung der Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Verwaltungsvollzug. Als Querschnittseinrichtung hat die Gleichstellungsstelle mit allen Dienststellen Arbeitskontakte. Zahlreiche Reformkonzepte konnten entwickelt und umgesetzt werden. Diese Prozesse sind laufend anzupassen und gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Münchner Stadtverarbeitung, die ich jetzt pauschal alle begrüßen möchte, weiterzuentwickeln. Und aus der Vielzeit der Teilnehmerinnen möchte ich die Stadtdirektorin Frau Angelika Simit herausgreifen und den kommissarischen Leiter des Jugendamtes, Herrn Markus Schön. Über 30 Jahre hinweg konnte die Arbeit der Gleichstellungsstelle nur mit außergewöhnlich viel persönlichem Einsatz und Engagement erfolgreich ausgeführt werden. Sie war geprägt durch Persönlichkeiten, die oftmals gegen den Mainstream und vielfältigste Widerstände den Auftrag der Gleichstellungsstelle ausfüllten. Sie wird noch kommen, ich möchte Sie aber jetzt schon begrüßen. Meine Vorgängerin im Amt, die langjährige Leiterin der Gleichstellungsstelle und Frau der ersten Stunde, Friedl Schreie. Und ganz besonders meine unmittelbare Vorgängerin von 2008 bis 2014, Frau Michaela Pietelbauer. Und erlauben Sie mir auch, dass ich mir noch die Zeit nehme, auch noch eine weitere Frau der ersten Stunde zu begrüßen, und zwar die langjährigste Mitarbeiterin der Gleichstellungsstelle, Frau Ingrid Höden, die im vergangenen Jahr in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Ein solches Jubiläum bietet natürlich die Möglichkeit, aus verschiedenen Blickwinkeln das Erreichte zu bilanzieren und aus dieser Basis Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Insbesondere, da die Gleichstellungsstelle als älteste Gleichstellungsstelle in Bayern nicht nur Pionierarbeit geleistet hat, sondern nach wie vor bundesweit Maßstäbe setzt. Um einen Eindruck zu gewinnen, was die Gleichstellungsstelle in den vergangenen 30 Jahren alles bewegt hat, haben wir anlässlich des heutigen Jubiläums eine Festschrift als Magazin erstellt, wo wir in Schlaglichtern das Spektrum der Handlungsfelder und die erfolgreich durchgeführten Reformprozesse aufgezeigt haben, sowie auch einen kleinen Ausblick auf die dringenden Aufgaben der Zukunft werfen wollen. Wir haben auch das 30-jährige Bestehen der Gleichstellungsstelle für Frauen zum Anlass genommen, den Münchner Bürgerinnen und Bürger die Frage zu stellen, wo stehen wir eigentlich im Jahr 2015 in der Gleichstellung der Geschlechter. Im Laufe des Abends werden wir einen Ausschnitt aus den Einschätzungen und vielfältigen Antworten geben, die wir aus den repräsentativen Erfahrungen der Münchner Bürgerinnen und Bürger gewinnen konnten und die uns auch für die kommenden Jahre die Aufgaben auf die Agenda schreiben. Im Laufe von 30 Jahren vollzieht sich unweigerlich ein Generationenwechsel. Angesichts rasanter gesellschaftlicher Wandlungsprozesse gilt es immer wieder das eigene Tun zu überprüfen, neue Herausforderungen wahrzunehmen und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Wir werden uns heute der auch in der Öffentlichkeit viel diskutierten Frage zur Aktualität der Geschlechtergerechtigkeit stellen und ich begrüße die Protagonistinnen unseres Generationen-Dialog, Ulrike Mascher, als ehemalige Stadträtin und erste Vorsitzende der Gleichstellungskommission und damit Zeitgenossin der Gründungsjahre und Rebecca Fertl vom Fachforum für Mädchenarbeit, die so viele Lebensjahre zählt, wie unsere Gleichstellungsstelle heute als Jubiläumszahl trägt. Zuletzt wollen wir uns auch noch genügend Zeit lassen zum gemeinsamen Austausch fürs leibliche Wohl und zum Tanz. Daher begrüße ich auch unsere heutigen Künstlerinnen, die dafür Sorge tragen, dass wir nicht nur in kritischen Reflexionen zu Fragen der Gleichberechtigung fahren, sondern auch diesen Anlass als gemeinsame Feierstunde nutzen und mit der entsprechenden künstlerischen Umnahme genießen können.